Nachdem im Dezember ein Großteil der Beute aus dem Raub im Dresdner grünen Gewölbe nach einem Deal sichergestellt werden konnte und Polizeitaucher in Berlin einen Kanal nach weiteren Beweismitteln abgesucht haben, wurde der Prozess gegen sechs Männer am Dresdner Landgericht am Dienstag wieder aufgenommen. Der Vorsitzende Richter Andreas Ziegel sagte, dass sich der Deal und die Wiederbeschaffung des Großteils des Schmucks positiv auf das Strafmaß auswirken könnten, sollten die Angeklagten die Tat auch zugeben. Medienberichten zufolge soll das Gericht nun mehrjährige Haftstrafen vorgeschlagen haben. Einige der Stücke fehlen weiterhin, darunter auch eine Epaulette mit dem sächsischen Weißen, einem Diamanten von fast 50 Karat. Im Januar 2022 hatten sich die Angeklagten erstmals vor Gericht verantworten müssen. Den Männern wird vorgeworfen im Jahr 2019 aus dem Museum Grünes Gewölbe in Dresden Schmuck mit mehr als 4.300 Diamanten im geschätzten Wert von 113 Millionen Euro gestohlen zu haben. Der größte Teil des Schmucks war von der Polizei Ende Dezember 2022 nach Verhandlungen zwischen der Staatsanwaltschaft und Anwälten wiedergefunden worden.